Ciao Leute, ich bin Hellgaming, wir spielen Heinz, Zerreins, King of the Kill mit der Michelle, mit der Fleischtonne. Guten Tag. Jo, und er ist wieder behindert wie immer. Das freut mich. So, wir spielen im Team, wir spielen zusammen, ich und Michael sind im Team. Wir sind heute ganz im Team, oder? Wir sind heute ganz im Team und wir spielen jetzt zusammen Heinz, Zerreins, King of the Kill, ne? Ja, klar. Ja, und ihr könnt mir auch überreden, dass er sich der Culling holt. Ich hätte auch Bock, dass du dir der Culling holst und dann machen wir das auch zu zweit im Team. Ja. Ach, der Karl, der interessiert mich. Ja. Das wollt ihr schon auch mit dem Rene machen, mit dem i4, der will das auch holen, beziehungsweise der hat das. Aber mit dir war das auch cool. Mit mir ist alles cool, ey. Ja, das stimmt. Ich bin der Obermeister vom Kfz-Werk, ey. Okay. So, dann mal los, ne? Oh, was ist jetzt hier? Ah, okay. Ja, da sieht man jetzt, dass wir beide im Team sind. Ja, das ist schön. Ich hab das noch nie gespielt. Wo bist du? Wo sehe ich dich überhaupt? Sehe ich den Namen von dir, oder so? Ah, da. Hallo, hier. Da, jo, hi. Der kommt auf die Schnauze hier, du Arschloch. Komm her. Ja, wir versuchen dann aber im Spiel gut zu überleben, ne? Das machen wir schon serious, gell? Geh, du mach Speise, ey. Da hau dir in die Gerichte. Oh Gott, brüllen die rum. Was? Die brüllen so sehr rum. Ich hör hier nix. Sei froh, die... Oh Gott. Michelle, wie kann man denn nochmal rauszoomen in die Kamera? Ich hab das vergessen. Also, third person und dann, wie geht man nochmal zum Zoomen? Wie geht das? Du weißt das auch nicht. Da frage ich natürlich den Besten, der überhaupt keine Ahnung hat von gar nix. Ich hab das schon lange nicht mehr gespielt, ey. Auf geht's! Alter, wo spawnen wir denn hier mitten im Nix? Alter, warum bin ich hier... Pff, das ist gar nix. Alter, hier ist ja gar nix. Hier ist nix. Wie? Wo bist du denn? Ja, ich bin doch mit dir irgendwo in der Luft, oder? Ach, da, ich seh dich. Wo seht ihr mich? Ja, da kommt folgende... Ja, da ist die Stadt. Da ist die Stadt. Alter, hier kommen so viele runter. Das ist meine erste Runde. Beziehungsweise meine erste Runde habe ich gespielt vor kurzem. Und dann bin ich einfach vergast worden. Jetzt schauen wir mal, ob man da irgendwie schon weiterkommt mit dem Michelle. Obwohl, da habe ich mir, glaube ich, den richtigen ausgesucht. Das kann gar nix sein, ey. Das kann nix sein. Wo bist du, Michelle? Ich komme. Guck hier in den Wasser. Wo? Pass auf, hier sind mehrere. Komm. Komm. Ich bin vor dir. Ich bewege mich. Auf geht's. Also du weißt nicht, wie man die Kamera summt. Oh, da vorne ist einer runtergekommen. Pasch auf, Michael. Da vorne ist einer runtergekommen. Okay, ich hab's gehört. Hast du gehört? Okay. Ja, klar. Komm, leise, leise vorwärts. Komm. Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Weiß ich nicht. Was machst du? Jetzt kann ich mich bewegen, ist gut. Was machst du? Guck, die sind schon tot. Boah, 132 gibt es hier insgesamt. Alter, wie viele gibt es denn hier? Holy shit. Komm, Michael, wir töten sie alle. Komm, wir müssen Waffen holen. Komm, 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 komm. Jo. Auf geht's. Ich will Waffen. Ich will dich schießen. Ich will dich töten. Nein, dich nicht. Mit dir andere töten. Das meine ich. Ja, ja, ja. Komm. Du weißt, was ich meine, gell? Ja, ja, du willst mich töten. Ist gut. Na, richtig. Wir werden andere töten. Komm. Ach, so geht das. Ich dachte, es geht so, wer zuerst die Waffe hat, tötet sich so. Nein. Ach so. Ja, andere. Ah, ja, okay. Ja. Hast du das überhaupt immer gespielt? Äh, ja. Hast du? Okay. Ja. Gut. Wenn ich bin. Ah. Vor ein paar Monaten. Schön. Komm, dann lass uns jetzt hier die Waffen holen. Da vorne ist, glaube ich, einer. Nee, ist keiner. Also, ich bin Profi. Nicht. So, lass uns mal direkt ins Haus rein, Michelle. Kommst du? Kommst du mit mir? Folge mir, Michelle. Folge. Ich komme mit in dir. Dein Loch. Du wirst in mein Loch. Nee, mein Loch kommst du nicht. Oh, hier haben wir direkt einen Helm. Schön. Was? I have no space for that. Warum habe ich no space for that? Da muss ich einfach hier... Hast du mir denn das weggenommen? Ich habe eine Pistole. Schön. Moment, ich mache mir erst mal hier das da drauf. So. Ich habe hier noch gar nichts. Hier ist die Makete. Die habe ich geholt, jetzt. Ja, nimm den Helm. Das ist gut. You have no space for that. Was ist denn hier los? Wir müssen dann laufen kommen. Warte mal gerade, ey. Ich passe auf hier. Ich glaube, der Pferd pfeift. Ah, der ist hier. Ja, du legst einfach tapen und dann holst du sie. Hast du? Okay. Komm mal mit. Komm mal, wir müssen Waffen finden. Wir brauchen Schusswaffen, Michelle. Wir müssen schießen. Hier, hier. Hier in den Wohnmobil. Echt? Ja, ja, da sind immer schöne Sachen drin. Guck in die Pistole. Hast du schon eine? Ja, dann nehme ich mir die. So. Oh, oh, da fährt einer. Ja, Molly. Oh, 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 oh. Oh, oh. Leg dich hin, Michelle. Leg dich hin. Oh, ja. Ja, das war nicht so gut, ne? Scheiße. Ja, ich hätte mir das ein bisschen besser vorgestellt. Ich hätte es mir auch besser vorgestellt, ein bisschen. Ja, dann Exit Matsch, ne? Ja, okay. Ich würde sagen, ich habe das immer so geplant, dass immer wenn man stirbt, ein Video und das war es, egal wie lange das ist. Das ist leider ein kurzes Video, weil es Michael wieder voll verkackt hat, aber das nächste Video folgt dann eh wieder gleich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein und nicht vergessen, kommentieren, liken, schau bei Michael vorbei und so weiter. Also bei mir müsste nicht vorbei, ich staunen, ich mache eh nur Scheiße. Ja, aber dennoch, macht das trotzdem. Äh, ja. Okay, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Ist das gut. Vielen Dank.